Und hier sind wir wieder. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg zum Airport. Ihr seht es, er läuft hier immer noch mit seinen Cyborg-Augen rum. Ja, schauen wir mal. Letzte Folge hat ein bisschen Überlänge. Wie lang war die letzte Folge? Knapp 30 Minuten. Ich muss mal schauen, entweder mache ich das in einer Folge und die hat einfach mal wirklich extrem Überlänge. So fast doppelt die Folgenlänge als sonst. Oder ich mache, ja, zwei Folgen draus. Muss ich aber gucken, ob ich es hinkriege so von der Zeit. Waren glaube ich um die 25 Minuten jetzt Aufnahme. Ja, jetzt sind wir gleich am Rollfeld. Ja, was am Rollfeld? Ach scheiße. Ja, dann lassen wir das abgestürzte Flugzeug in Ruhe, oder? Ne, da ist eh nie was drin. Da droppt eh nur scheiße. Also ich hätte ja gerne die Tower. Wir laufen einfach alle. Oder so. Aber am Rollfeld sind wesentlich mehr Zombies als vorher. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Echt? Ja. Ich sehe bis jetzt nicht besonders viele. Doch, sind mehr. Alter, ich habe schon wieder, dass die Laternen hinten weiß sind. Habt ihr das auch? Nein. Ja, ich sehe sie auch. Die sind einfach weiß. Das braucht ewig lang zum Laden von den Texturen. Chris, auf welchen Einstellungen spielst du? Ultra. Okay. Du, Erik? Ich habe alles auf Ultra bis auf die Gräser. Okay. Also Terror, oder? Terror-Qualität. Es gab einen Bug, dass man ausschalten konnte, dass die Gräser rendern. Haben sie ja jetzt leider auch behoben. Und ich habe leider erst heute davon erfahren, weil sonst hätte ich nämlich die Gräser umgerendert gelassen. Das spart ja einiges an Qualität, ne? Mhm. Wollen wir dann überhaupt übers Rollfeld laufen oder ein Stückchen weiter links reingehen? Ja, ich laufe jetzt einfach mitten übers Rollfeld. Okay. Kriegen wir gleich mitten auf die Fresse von dem Sniper im Tower. Boah, das wäre mal die Idee, wenn da mehr los wäre. Ja, das war... Da wurden ja auch immer gecampt im Tower. Boah, ich sehe es. Entweder Spond jetzt hat hier auch Military-Ausrüstung oder... Ja, oder sie haben einfach einen Schatten. Da sind jetzt hier überall Zelte. Die waren vorher nicht da. Wo sind Zelte? Wo sind Zelte? Ja, wo die Zombies sind, Mensch. Guck doch mal, was da sind. Ja, stimmt. Da hinten am hinteren abgestürzten Heli liegen Zelte. Lol. Boah, geil, Alter. Also Militärgebiet jetzt. Ja, aber guck dir mal die Zombies an. Das wird jetzt rund. Ja, hörst du mal auf zu sprinten, Erik? Bleibst du mal vielleicht bei uns? Wir haben gerade gesagt, wir laufen zusammen. Zünd dir lieber eine Zigarette an wie ich. Hab ich gerade. Ja, der sprintet weiter. Ja, lol. Wenn du den Schiff gedrückt halten. Nee, ich sprint nicht. Ey, das sind ja richtige Militärzelte und diese Tarnzelte. Ey, ist ja geil. Ich seh die noch nicht richtig auf die Entfernung. Oder ich bin einfach schon wieder zu blöd. Laufen wir zuerst mal zum Heli. Ja. Sie sind direkt hinter dem weißen Gebäude. Ja, ich spiel aber auf Medium-Einstellungen. Ja. Und weil ich ja nebenbei noch aufnehme. Mir zieht die Aufnahme so viel FPS. Ohne Aufnahme habe ich knapp 50 FPS. Und mit der Aufnahme auf, ähm... Ja, mit den meisten Zeugen auf High habe ich halt dann nur noch knappe 20. Jetzt hage ich noch weniger. Jetzt hage ich gerade mit 15 FPS. Ich muss dann nachher beim nächsten Break, muss ich mal gucken, ne? So, jetzt muss ich gerade rechnen. 19, wir nehmen seit... Die ganzen Zombies hier links. Boah, krass. Alter Scheiße. War keine gute Idee, hier herzulaufen. Ja, wie war das mit Sleepy Crest? Sind viele Zombies? Oh. Hier liegen ja schon voll viele rum. Boah, ey. Jetzt komme ich schon wieder. Boah, fuck, alter. Pass auf, dass ihr euch nicht gegenseitig schlagt. Ich gehe dabei looten, ne? Was liegt denn da? Wasser? Nee. Starnack, Starnack. Boah, nice. Stirb, Zombie. Stirb, stirb, stirb. Boah, der hat mich fast getroffen. Huh, huh. Was soll man da los? Boah, fuck, alter. Da kommen, ey, Vic, alter. Da kommen gleich ein paar. Chris, packst du das alleine? Ich habe hier zwei, ja, ja. Mit meiner Minecraft-Splitzhacke hole ich die alle. Alter, jetzt ergibt der mir echt auf die Fresse, der Arsch. Ich leck hier, wenn ich Zombie schlag. Moment, ich stelle mal auf Low, ich spring mal auf den Heli drauf und stelle mal kurz auf Low. Na, jetzt sind diese Zombie-Massen, die gerade extrem runterziehen. Das ist bei mir auch gerade, ich habe auch ein bisschen Lacks. Alter, wie viele Zombies hier rumlaufen, siehst du das? Alter, ein bisschen Lacks? Alter, mir zieht es teilweise die FPS auf 8 runter. Nee, ich sehe meine FPS gar nicht, aber ich habe ab und zu so einen minimalen Lack, sag ich mal. So, jetzt mache ich doch mal die Kippe aus. Weil ich brauche Concentration. Concentration, Concentration, NoBegin. Ich zocke trotzdem nur mit 15 FPS, yay. Ich höre mir vor, wie das in Norad am Tunnel wäre. Och cool, ich will in die Zelte reingucken, man. Hier gerade die ganzen Zombies da vorweg geschnetzelt. Hm, danke dir. Ja, machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller, ich will mal ein paar mehr. Alter, scheiße, Mann, was geht denn jetzt ab? Hey, im ersten ist ein Zombie, wow. Cooler Loot. Wenn der Zombie eine Waffe für dich hat, dann schwörst du dich nicht mehr. Och cool, ich habe, hier liegt Wasser. Hier droppen auch Items. Ja, neben den Zelten hatte ich jetzt auch gerade. Kern of Fam und alles, Painkiller. Warte, ich mache den hinter dir. Ich habe mich gerettet, yay. Das haben sie jetzt mit dem Patch gemacht, oder? Was, die Zelte? Ja, das ist nämlich anscheinend diese Map-Erweiterung. Aua, 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 aua. Das ist nur hier und das ist auch bei anderen. Kommst du klar? Ja, das hat zwei Meter nach Waffeln. Ich fahre gerade ein bisschen. Schweinehunde. Gehen wir gleich zum nächsten Heli. Meine Güte, laufen hier viele rum. Ja, jetzt erpulst du den Zombie, ey. Oh mein Gott, dann hau ich ihn halt weg. Alter, das lag zu extrem. Also wenn du irgendwann mal für den Skilltree XP fahren willst, dann weißt du jetzt, wo du hinlaufen musst. Ja, ich hole mir gleich mal ein paar zusammen. Oh, scheiße, du hast einen Haufen gepullt, Alter. Das sind... Oh, 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 oh. Ist dir das nicht ein paar zu viel? Nope. Kommst du klar, Alter? Was ist mit deinem Leben los? Ach, ich umgehe die Zombies. Ja, dann looten wir hier so lange, ne? Viel Spaß. Alter, Zombies, 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 pass auf. Oh, mir ist gerade ein Zombie direkt vor der Nase gespawnt. Alter, wir spawnen hier die ganze Zeit die Zombies vor der Nase und hauen mich. Hast gesehen? Hier schön alle Zombies weggehauen. Und ich hab nicht mal Damage bekommen. Wer traut sich das Can of Ham unter den Zelten zu holen? Ja, kann ich machen. Wo licht denn das? Ich seh's nicht mal. Auf den Kisten, ne? Hä, bin ich blöd? Ja. Links, links, links. Genau, auf den linken Kisten, links. Hast du Humvee schon gecheckt? Da liegt noch ein Can of Ham. Alter, kann es sein, dass du rennst? Ja, weißt du, wie viele Zombies mir gerade hinterher rennen? Alle. Wow, fuck. Wir haben auf der Linken neue Sachen. Auf dem Humvee-Stellplätze. Das müssen wir auch noch reinkommen. Leute, mir spawnen hier die Zombies ein bisschen zu schnell. Die geben mir echt übel auf die Fresse die ganze Zeit. Ja, aber dann lass mich aber bitte vorher auf dem Heli, ne? Ja, da geh ich auch vorher auf dem Heli. Ja, nee, weil dann kommen die nicht auf den Heli drauf. Habt ihr ne Headshot dabei? Ja, ich hab Headshot. Achso, Axt halt oder mach Headshot oder sonst was. Ne, Axt. Irgendwie hab ich das Gefühl, sind die Zombies inzwischen Hacker geworden. Ja, ohne Scheiß, wieso ist denn jetzt halt auf... Willst du, äh, ja, äh... Erik, willst du pullen? Was? Äh, Zombies am Turm? Soll ich sie weglocken oder was? Ja, ja, dann können Chris und ich hochgehen. Ich glaub, das wird jetzt auch das Beste sein, wenn das so viele sind. Oh, Chris, geh mal weg, geh mal weg da, geh mal weg da. Warte mal, lass einen zu mir kommen. Oder nimm beide, mir ist das egal. Der hat mich jetzt getroffen. Da hat mich ja grad auch einer getroffen, scheiße. Also, bei mir lagts nicht, ja. Die Zombies treffen mich auf Distanzen, das ist der Wahnsinn. Ich würd ein bisschen aufpassen, bei euch wird's gleich richtig Action geben, wenn die kommen. Alter, was soll denn das? Bist du tot? Nee. Nein, aber fast. Ich hab, jetzt hat's schon fast keine Medizin mehr. Ey, hätt ich das gewusst, dann hätt ich doch. Dann hätt ich doch gesagt, wir equipen uns voll. Boah, ey, wie hier echt überall Zombies sind. Das ist grad echt uncool. Achtung, du hast schon wieder gepolt. Ich? Nee, nee, Chris. Boah, guck mal, guck mal rechts neben euch, neben den Humvee. Die sind schon wieder respawned teilweise. Ja, ja, die spawnen die ganze Zeit. Die respawned-Zeit ist echt übel. Ich steh ja hier auf dem Heli. Und chill. Achtung, Zombies. Ist hier der Einzige, der grad Zombies schnetzelt, oder was? Ja, ja. Nee, ich versuch irgendwie auf den Turm hochzukommen. Ja, ich auch die ganze Zeit. Jetzt hast du's weggelockt, jetzt komm ich glaube ich rein. Pass auf, hinter euch. Ja, ja. Kommt mir ne Menge entgegen. Also ich hab mir ja zwei Stunhacks dabei. Ich überleg grad, ob ich sie einfach wegschieße. Ja, ich hätt auch noch zwei Magazine. Aber irgendwie, bei der Spawnrate, sind von hinten noch so eine Traube. Du hast grad extrem viele hochgepullt. Weinst du mich? Ja. Dir lauft grad ein ganzer Arsch voll Zombies hoch. Dann wird's jetzt vielleicht laut. Okay, dann geh ich auf den Heli. Ey, ich seh'n Spieler, ich seh'n Spieler. Wo? Der ist hier am Bus, am Bus. Ich guck mich grad schon die ganze Zeit um. Der ist, jetzt rennt er rüber. Hier, seht ihr, wo ich lauf? Ja. Der läuft gerade. Ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Hast du ihn gesehen? Der war voll nah an uns dran. Ich hab grad ein bisschen mit Binokulars rumgeguckt und auf einmal seh' ich da so'n Typen rennen. Wie viele Zombies kommen da noch? Boah, der hat... Der steht, glaub ich, hier hinterm Baum. Da rennen grad die Zombies hin. Boah, wie sieht denn das noch? Ah, du pullst die ganze Zeit immer mehr. Ich hab noch 15 Schuss. 14, 13. Das ist jetzt mal alles ein Treffer, ey. Okay, jetzt ist Schluss. Nein, da kommt noch einer hochgerannt. Nicht so. Einer. Oh, liegen hier viele Zombies. Ich glaub, der hockt hier vorne hinterm Baum. Ja, das ist mir egal. Ich will ihn in Sicherheit wiegen. Gegen den Typen oder uns? Ja, ja, nee, den Typen. Also hier oben im Turm war übrigens ne Soda. Hat sich voll gelohnt. Hast du nicht eins gelernt, aber aus anderen Shooterspielen immer schön umschauen. Ja, dazu war ich ein bisschen zu abgelenkt von den Zombies hier grad. Nee, ich hab mich jetzt nur umgeguckt, weil erst Ballern angefangen hat und dann siehst du ja, ob irgendwelche Spieler auf einmal... Boah, ey, die ganzen Zombies grad am ersten Heli kommen schon wieder. So, und wo ist jetzt der Spieler? Ich war jetzt so abgelenkt. Bitte schafft mit einer von euch. Hast du ja Anzath gefragt, ob der Friendly ist? Ja, ja, Alter. Wie gesagt, ich will ihn in Sicherheit wiegen. Oh, ich hab meinen Darschen gefunden. Und dann abschießen, oder was? Ja, ja. Du hast anscheinend unsere ersten Folgen nicht gesehen. Ach, der arme Kerl. Tut mir immer noch leid. Ich seh ihn nicht mehr. Das macht mir irgendwie Angst. Oh, doch, ich seh ihn, ich seh ihn. Wo? Ich hab seinen Schatten, also irgendwas dunkles Rennen sehen. Der ist hier grad aus vor mir hinter dem Baum. Der hat fast bis zum Bogen geht. Weißt du, welch ich nicht mein? Ja, die schnetzen hier grad Zombies. Ja, ich weiß, welchen du meinst. Hast du ihn gesehen hier, Chris? Nein. Da, jetzt, jetzt, oh, der schießt, der schießt. Oh, scheiße. Nein, hat mich erbissen. Tot? Oh, ich bin tot, ja. Wo ist der? Ja, ich bin tot, Hacker. What the fuck? Oh. Was geht denn mit dem ab? Kann der durch den Zaun schießen, oder was? Nee. Durch den Zaun kannst du eh schießen. Pass auf, Alter. Der hat Aimbot, oder was? Der hat mir grad Headshot gegeben. Der macht mir keinen Damage durch den Zaun. Ja, bei mir hat er, ach, der liegt, der liegt wahrscheinlich, der hat bei mir wahrscheinlich über den Zaun geschossen, ne? Wer ist denn der Killed bei Puffy Panda? Wo ist denn der? Puffy Panda hier. Report. Fairfight, Puffy Panda. Na komm doch, du Spacko. Na komm. Glaub mal, ich bin der Erste, der dich abschießt, wenn du hier lang rennst. Du kannst da nicht durchschießen, du Vollpfosten. Na komm. Alter, mein Char ist voll verpackt auf dem Zeltmann und zappelt da rum. Ja, kacke. Was machen wir? Chris? Hast du einen im Blue Ridge stehen? Ich hab einen im Boulder City stehen. Mehr nicht. Wie, hast du nur zwei Chars? Ne, doch, ich hab noch einen. Und die müsste irgendwo bei Rocky Ford liegen. Ah, scheiße. Was, und einen hast du im Boulder? Ja, mitten in der Stadt irgendwo. Ja, mit dem brauchst du schon mal nicht spawnen. Der ist tot, wenn du spawnst. Ja, wahrscheinlich. Das war noch vor dem Zombie-Fest. Ja, ich mach jetzt hier mal einen Aufnahme-Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten... Ich bin immer noch. Ja, ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis denn. So. Hm. Was machen wir jetzt, Leute? Wie haben wir jetzt aufgenommen? Das war doch jetzt ziemlich genau eine Stunde. Ja, ne, 40 Minuten circa. What the fuck, Alter. Tot? Ja. Ja, ich sag ja, Aim-Botter, Alter. Boah. Der, der kannte durch den Zaun, der ist an den Zaun hingelaufen, dann kannst du durchschießen. What the fuck, ey. Ah, wir könnten auch... Ja, wir könnten natürlich jetzt auch auf den P-Server gehen, ne? Wenn's jetzt schon so anfängt mit Hackern schon wieder. Hm. Wie viel Uhr haben wir denn? Ah, Viertel nach zwei. Ja, ich würd mich dann für heute ausklinken. Meinst du? Ja. Sollen wir nächstes Mal weitermachen, dann können wir ja auch nächstes Mal am Airport wieder spielen. Ja, ey. Bis wir da jetzt alles zusammen sind. Bis wir wieder am Airport sind, das dauert eine Weile. Ne, warum? Warum? Äh, wir können doch Responder. Ja, aber erst in einer Stunde. Ja, wir beenden ja dann eh für heute. Chris hat ja gesagt, er hat keinen Bock mehr. Achso. Ja, dann kann ich ja jetzt Norath hoppen. Juhu. Norath, hast du da einen mit CO1? Hm. Ne, ich glaub nicht. Ja gut, dann bin ich weg. Ich wünsch euch was. Servus. Jo, hau rein. Warte mal, ich quitte mal kurz.